In diesem Video geht es um die richtige Temperatur in deiner Brutmaschine. Es geht um das richtige Thermometer, natürlich die richtige Temperatur und natürlich die richtige Brutmaschine, um auch die richtige Temperatur zu erreichen. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, lass jetzt dein Abo da, um keine Brutmaschinen-Videos zu verpassen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video, los geht's! Um die Temperatur in deiner Brutmaschine zu messen, brauchst du erstmal das richtige Thermometer. Den Fehler, den ich am meisten sehe, ist, dass Leute mit solchen handelsüblichen Thermometern die Temperatur in der Brutmaschine messen. Solche Thermometer sind dafür gemacht, draußen und drinnen im Haus die Temperatur zu messen und decken im Prinzip einen Bereich ab von ganz kalt, wenn es friert, bis hin zu ganz heißen Temperaturen, wenn die Sonne scheint im Hochsommer. Das ist natürlich eine ziemlich weite Temperaturspanne und dafür sind die auch perfekt. Aber was diese Thermometer nicht können, ist sehr genau und präzise kleine Unterschiede zu messen. Und genau das brauchen wir natürlich in einer Brutmaschine. Denn so ein handelsübliches Thermometer fürs Haus und den Garten hat Abweichungen zwischen 0,5 und 1 Grad. Und das heißt natürlich, wenn du hier mit deiner Brutmaschine misst, dann kann es durchaus sein, dass die tatsächlichen Werte ein halbes oder sogar ein ganzes Grad abweichen. Und somit könnte die Brutmaschine natürlich viel zu warm oder viel zu kalt sein. Viel besser funktioniert natürlich ein solches Thermometer. Das ist ein spezielles Thermometer, was nur dafür da ist, die Temperaturen in einer Brutmaschine zu messen. Und der große Unterschied ist, dass dieses Thermometer einen sehr kleinen Bereich misst, und zwar von 32 bis 42 Grad. Und dadurch viel genauer misst. Das heißt, dieses Thermometer hat eine Abweichung von 0,1 Grad. Und das ist perfekt, um die Temperatur in einer Brutmaschine zu messen. Falls du so ein Thermometer suchst, werde ich dir einen passenden Link unten in die Videobeschreibung setzen. Kommen wir zu dem nächsten Punkt und das ist die passende Temperatur für deine Kunstbrut. Die passende Temperatur ist natürlich unterschiedlich, je nach Geflügelart. Das heißt, wenn wir über Hühner sprechen, haben wir zum Beispiel für kleinere Rassen 37,5 Grad und für sehr große Rassen 37,8 Grad. Für Wachteln, Gänse oder Enten sind wieder andere Werte richtig. Und da wäre es wichtig, dass du dich informierst, bevor du loslegst, welche Temperatur für deine Geflügelart wirklich die richtige ist. Zusätzlich müssen wir auch noch pro Brutmaschine gucken, was der Hersteller empfiehlt. Auch hier gibt es kleine Abweichungen. Manche Hersteller empfehlen die Bebrütung bei 37,7 Grad. Und das sind natürlich nur kleine Unterschiede. Aber diese kleinen Unterschiede, die entscheiden schon über eine erfolgreiche Kunstbrut oder eine nicht erfolgreiche Kunstbrut. Dann kommen wir auch schon zu einem sehr, sehr großen Faktor. Und das ist natürlich die richtige Brutmaschine. Und da habe ich jetzt mal zwei Beispiele. Und wir fangen mal bei diesem Modell an. Hier haben wir ein super billiges Modell aus China. Dieses Modell hat weder eine CE-Zertifizierung noch irgendwelche Normen qua Material. Man weiß hier wirklich nicht wirklich, was da drin ist. Es ist natürlich super günstig. Ja, das habe ich von Amazon. Eine typische Sache, was man leider bei sehr, sehr vielen Brutmaschinen bei Amazon und Ebay wiederfindet. Eine Vier-Sterne-Bewertung. Und wenn man das Ganze dann aber genauer betrachtet, sieht das doch sehr anders aus. Und wir werden das Ganze jetzt mal genauer betrachten. Dafür habe ich diese Brutmaschine auf 37,5 Grad eingestellt und ein Brutmaschinenthermometer installiert. Hier werden wir jetzt einmal gucken, was der niedrigste Wert ist, den dieses Thermometer angibt. Und der höchste Wert, das machen wir, weil die Werte in diesem Brutapparat schon wirklich deutlich schwanken. So, wie man natürlich jetzt schon sehen kann, ist die Temperatur viel zu niedrig und weicht stark von der, die ich eingestellt habe, ab. So, bei 35,2 Grad hatten wir jetzt den Tiefpunkt. Das ist natürlich viel zu niedrig, aber wir schauen jetzt trotzdem nochmal, wie hoch das Ganze geht. So, jetzt haben wir den Wendepunkt gehabt bei 35,9 Grad. Das bedeutet, diese Brutmaschine ist komplett so nicht geeignet für die Kunstbrut. Aber es ist irgendwie eine typische Sache, die ich sehr, sehr oft sehe bei Amazon, Ebay, China-Brutmaschinen. Auch bei diesem super günstigen Modell oder auch bei diesem Modell. Und ich könnte jetzt einfach so weitermachen, aber wir werden uns jetzt mal eine richtig gute Brutmaschine anschauen. Hier haben wir jetzt eine Brutmaschine von einem europäischen Hersteller, die wirklich sehr, sehr gut ist und die Temperatur einfach unfassbar gut hält. Und das Ganze sieht man natürlich auch wieder am Ende bei den Schlupfraten. Und mit diesem Apparat habe ich fantastische Ergebnisse erzielt. Diese Brutmaschine ist natürlich auch auf 37,5 Grad gestellt. Die schwankt mal um 0,1 Grad. Das ist aber völlig in Ordnung. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf dem Brutdermometer betrachten, dann sehen wir genau das Gleiche, was wir auch in dem Display sehen. Die zeigt also genau das an, was ich auch messe. Und zwar auf die Kommastelle genau. Und das ist natürlich, wenn es um die Brutmaschine geht, extrem wichtig für die Schlupfraten und das Ergebnis. Falls du auf der Suche bist nach einer wirklich guten Brutmaschine, dann werde ich dir auch hierzu wieder passende Links unten in die Videobeschreibung setzen. Wenn du mehr über Brutmaschinen erfahren möchtest, dann abonniere diesen Kanal und schau dir unsere Videos an. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib deinen Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.